Die Fahnen werden aufgehoben, aber für die, die sie plagen, Wir werden die Systemfunktionen der Befehlshilber aus drei Kanten in die Flüsse geleitet. Flüsse, die als wichtige Stelle für das Plattensiegwasser unser allererster Rechenwild erkannten. Jeder Mensch aus Deutschland produziert 575 Kilogramm Rechenwild pro Jahr. Unsere Heimat ist unser Planet. Unser Planet ist ein abgeschlossener Ökosystem mit den ganzen Ressourcen. Plastik, Glas, Kepstilien, Kraftstoff brauchen Öl, Land, Metalle, Wasser. Das sind alles Rohstoffe, die nicht an einem Baum nachwachsen. Das heißt, was weg ist, ist weg und kommt auch nicht wieder. Der glänzende Schwupp in unserem Geheizleben, trotz anderen die Existenzgrundlage. 40% aller innerstaatlichen Konflikte sind Ressourcenkonflikte. Ein bewusster Umgang mit diesen Ressourcen ist existenziell für das Fortbestehen des Wunders, das wir Natur nennen. Auch für unser aller Leben und das Leben aller zukünftiger Generationen. Lass uns den hergestellten Produkten mehr Wertschätzung zeigen. Kauf! Jeder Mensch kauft pro Jahr 60 neue Kleidungsstücke. Das ist mehr als eins pro Woche. Jeder Mensch in Deutschland besitzt etwa 24 Oberbeteilungsstücke, die nie oder sehr, sehr selten getragen werden. Das sind in ganz Deutschland zwei Milliarden Teile, die bloß im Schrank liegen. Warum kauft mir so viel? Ich möchte eine Allison-Werbung beschreiben. Es zeigt ein Gerät mit Sprachassistenz und darunter steht, perfekt wird schon alles hauber. Ohne den Namen eines Klamotten, geschertes Mann, kauft nicht glücklich. Angebote, Spezialangebote, Extraspezialangebote, Prozente, verkaufsende Sonntage bringen uns dazu, den vollen Kleiderschrank weiter zu glühen, die unbestimmte Wohnung weiter zu bestücken, unser Leben voll elektronischer Gehäte, Klamotten, Essen, Möbeln, Pipsmanns, Autos weiter mit Gegenständen voll zu stoppen. Beim heutigen Konsum gibt es weniger um das Produkt und dessen Bedürfnis der Punkt, sondern um das Gefühl. Das Gefühl, das uns der Regenstand gibt, das im Leben des Chaos Verspürung bringt. Ich kaufe die Hose nicht, weil ich eine neue brauche. Nicht, dass es die alte nicht mehr tut, aber ich fühle mich halt nicht mehr sehr besonders. Ich bin nicht mehr up to date, wenn ich die Hose trage, wie ich jetzt schon seit einem ganzen halben Jahr habe. Und wow, habe ich eine stressige Woche hinter mir. Dann wünsche ich mir mal etwas und anstatt das für meine Seele zu tun, stehe ich wieder in der Mall und lasse mich reizüberfluten. Im Endeffekt finde ich dann aber endlich die vierte Winterjacke, die ich mir jetzt auch wirklich verdient habe. So muss ich auch nicht über den Wahn und meiner Unzufriedenheit und Rastlosigkeit nachdenken. Und auch da, was ich mir auch sage, ist, dass die Sachen ja nicht für mich sind. Sie sind nur für meine Liebsten und die brauchen das ja wirklich. Denn kaum noch lade ich denen auf, statt ihnen mal etwas Zeit zu schenken. Für meine Liebsten nur das Beste und für meine Tochter brauche ich ja auch noch etwas. Ich muss ihr doch zeigen, dass ich sie liebe und sage, oh, ihr gebt uns 50% auf Plastik, das kann ich mir doch hüpfen. Und Geschenk, und wer geschenkt wird, lernt zu schenken, lernt zu konsumieren. Und das Ganze geht weiter und weiter wie ein Teufelskreis. Jedes Jahr neue Geschenke und Bedürfnisse zu decken. Pseudere Bedürfnisse aus der Bedarfsweckungsindustrie des Kapitalismus. Konsum und das, was dahinter steht, ist wie eine Droge. Er verspricht uns Glück und Liebe, beschert uns aber nur Ausbeutung und Umweltzerstörung. Wir wünschen unseren Kindern nur das Beste. Eine schöne, gesunde Zukunft auf einem heilen Planeten. Unsere Liebe zeigen wir, indem wir Dinge kaufen. Dinge, die sie nicht brauchen. Dinge, die Müll produzieren. Dinge, die unter Menschen und Würden mit Dingungen produziert werden. Dinge, die das Ökosystem nachhaltig zerstören. Dinge, die die Zukunft unserer Kinder zerstören. Und das alles nur für ein Lächeln. Vielen Dank, das ist ja so ein ungeblatteter Show-End gewesen. Das ist so überraschend. Exception Rebellion hier bei uns in der Griesland-Wall. Wo Sie jetzt alle schon mal hier sind, kommt so richtig näher. Aber wir verschenken Geld. Und das müssen wir hier direkt ausnehmen. Genau, so Sie freuen. Wir haben einfach eine Entscheidung. Wir sehen uns.